Herzlich Willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum mit Aresu, ich bin Aresu und wir sind dabei die Rätsel zu lösen. Wir haben Arkham City West und Arkham Island West und Arkham Island Nord. Jetzt hatten wir hier noch Arkham Island Ost. Dazu müssen wir erst einmal nach Norden. Weil wir hier im südlichsten Teil von Arkham City, äh Arkham Island Nord sind. Hopp. Hey Moment, dieser Hops bringt überhaupt nichts. Hier wollen wir lang. Ich habe die ganze Zeit Arkham City im Kopf. Obwohl das eigentlich vollkommen ungewöhnlich ist, das ist wirklich nur in dieser einen Geschichte so. Sonst ist es eben wirklich Arkham Island. Beziehungsweise eben Arkham Asylum auf Arkham Island. Wobei das Arkham Asylum nicht mal immer auf einer Insel ist. Ja, okay. Wir gucken uns erst einmal die Rätsel an, die wir hier so haben. Nicht unter Charakterbiografie, sondern unter Rittler-Herausforderung. Okay, wir haben hier noch zwei, ähm, Smart-Chronik von... Verständlich. Du bist keine Konkurrenz für mich. Ja, Kossams großartigste Familie... Kossams großartigste Familie überragt die Stadt. Gut, und jetzt liest er uns auch das zweite vor. Meine Herausforderungen erscheinen denen, die die richtige Position im Leben einnehmen. Okay, Perspektiv-Rätsel und das andere. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das der Rain-Tower ist. Dann haben wir zwei Chroniken und vier, ähm, Trophäen. Die Gegner dürfen wir nicht haben. Okay. Eventuell haben wir doch noch welche. Löst mir dieses Rätsel, wird wahrscheinlich im Englischen die Catch-Race vom, äh, Hürtler gewesen sein. Dieses Widemises. Jetzt ist immer eine Frage, wie solche Dinge übersetzt werden. Aber Widemises ist auch sehr schlecht zu übersetzen. Weil wir eben kein entsprechendes... Ja. Direkt-Idiom dafür haben. Löse mir dieses Rätsel, ja. Aber... Ist ja eher eine Herausforderung als ein... Idiom. Da hinten haben wir den Rain-Tower. So. Haha. Oh, Charakter-Biografie von Bruce Wayne. Als Kind wohlhabender Eltern verlebte Bruce Wayne eine idyllische Kindheit, die geprägt war vom starken Gleichgericht... Äh, Gerechtigkeitssinn seiner moralistischen und philanthropischen Eltern, Thomas und Martha. Nach der Ermordung seiner Eltern durch einen Straßenröber schwor er an ihrem Grab, das Verbrechen in Gotham City fortan mit aller Härte zu bekämpfen. Er verließ Gotham, um seinen mentalen und körperlichen Fähigkeiten in aller Welt zu stehen und kehrte schließlich als dunkler Ritter in seine Heimatstadt zurück. Bürgerlicher Name Bruce Wayne, Berufs-CEO und Philanthrop, Operationsbasis Gotham City, Augenblau, Haare-Schwarz, Größe 1,88, Gewicht 95 Kilogramm, erstes Auftreten Detective Comics, Nummer 27, Mai 1939. Eigenschaften in körperlicher und mentaler Höchstform, arsenaltechnischer Gadgets, Fahrzeuge und modernster Technologien, Erfinder, Detektiv, hochintelligent, beherrscht zahlreiche Kampfkünstler, ausgebildeter Kriminologe, Abschluss- und Naturwissenschaften, Computerexperte, Meister der Verkleidung, fotografisches Gedächtnis, ausgebildet in Tarnungs- und Spionagetechniken und ein erfahrener Ausbruchskünstler. So, jetzt müssen wir mal nachgucken. Erstens, äh, das hier, Größe 1,88 und 95 Kilogramm und Detective Comics Nummer 27. Und? 1,88, 95 Kilogramm, Detective Comics Nummer 24. Hm. Klingt ähnlich. Ich kontrolliere sowas immer gerne, um mich darüber lustig zu machen, wenn jemand das falsch hat, obwohl man die Daten direkt vor Augen hat. Aber in diesem Falle offenbar nicht. So, ähm, wir haben noch zwei Chroniken übrig. Schauen wir mal auf der Karte. Oh, da hätten wir direkt was. Hier rechts nach oben. Ist das doch eine Ruchstruktur? Ja. So, und da hinten haben wir eine der Chroniken. Die gehen mal ein Stück weg, da müssen wir uns nicht die Ohren zu halten. So. Und, hoppala. Kann ich das? Nee, ne? Ich würde gerne... Nee, okay. Ich wollte gucken, ob ich den, äh, das letzte Fitzelchen hier noch wegkriege. Und anhalten, danke. Da haben wir noch einiges übrig. Okay, wir sind direkt auf dem richtigen Weg. Dort beim Haus sind die letzten zwei Trophäen und, ähm, eine Chronik. Achso, ne, Moment mal. Äh, wir haben ja noch was anderes. Nämlich irgendwo ein Perspektivrätsel. Das heißt, wir müssen auch noch mal nachgucken nach, äh, Fragezeichen, die hier irgendwo rumhocken. Das klang auf jeden Fall in der Formulierung wieder so, als müsste man auf einer erhöhten Position stehen. Deswegen gucken wir uns hier von der erhöhten Position auch aus um. Da hoch darf ich nicht. Schade. Ähm, da hoch darf ich. Okay. Hm, hm, hm. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Und hier offenbar auch nicht. Dann gehen wir eben hier lang. Und, naja. Ich will gerne hier oben bleiben, ja. Na gut, dann nicht. Hier ist immer noch kein Fragezeichen zu sehen. Upsi. Ähm, cool. Moment, das da sah aus, als wäre da was. Moment. Okay, das ist aber unzugänglich. Nee, da ist noch nichts. Okay. Hoppala. So. Dann schauen wir mal hier in den kleinen Garten. Gut, da können wir wieder hoch. Hoch ist gut. Ähm, da kann man nach unten. Da müssen wir jetzt auch gleich noch umgucken. Moment mal. Hier kann man runterklettern und da habe ich nichts gesehen. Wir schauen mal. Nee, wäre eine gute Position für ein Perspektiv-Rätsel gewesen. Aber. Achso, wahrscheinlich ist es als Aussichtspunkt für den Rain Tower gemeint. Ach Gott. Hier haben wir aber eine lange, lange Gasse. Eine lange, lange Gasse. Ach. Und, am Ende dieser Gasse haben wir nichts. Na gut. Vielleicht nicht ganz nichts. Wir gucken uns natürlich noch um. Nein. Nein, 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 nein. Ähm. Nein. Oh, okay. Äh, jetzt hat das. Okay. Alles gut. Denke ich. Doch nicht. Ah, doch. Gut. Wir sind wieder hier oben. Ähm. Dann suchen wir noch mal kurz den Hinterhof. Ich glaube, wir müssen jetzt hier gleich nach links. Moment. Wir sollten vielleicht auch mal hier noch schnell nachgucken, ob wir was finden. Nee. Sieht nicht so aus. Dann, hops. Und, hops. Und, hier hinten vielleicht? Nee. Okay. Dann strengen wir hier hoch und finden auch nichts. Keine strukturellen Schwächen. Nichts. Okay. Wir laufen jetzt gleich noch mal durch den langen, langen Gang. Oh, warte mal. Kommt man hier weiter? Und wenn ja, was hat man da? Eigentlich dürfte man hier rüber klettern können. Ja. Geht. Ich sehe immer noch kein Fragezeichen. Hier auch nicht. Okay. Das ist genau das, wo wir eben angekommen sind. Hier ist der lange, lange Gang. Diesmal von der anderen Seite. Guck mal. Wir laufen noch mal lang und kontrollieren hier alle Türen. Darauf habe ich nämlich eben nicht geachtet. Wenn die dort dann das Fragezeichen rauf gemalt hätten, dann wäre mir das entgangen. Nö. Ja, hier haben wir einiges in der Arkham Villa noch gleich zu lösen in der nächsten Folge. Ich brauche immer zwischen 20 und 30 Minuten, um alles zu finden. Das ist praktisch, weil es eben genau die Zeit ist, die ich immer für eine Folge veranschlage. Also, wir haben noch zwei Trophäen. Eine, äh, ja, eine Chronik. Und ein Rätsel. Und das scheint alles hier oben auf der Villa zu sein. Und da hinten kann man noch das Feuerwerk sehen. Schön. Und hopp. Und hopp. Moment, vielleicht drin. Da ist man ja noch nicht wirklich in der Villa. Nehme ich an. Aber sobald man durch diese Tür geht, wahrscheinlich. Aber hier schauen wir nochmal kurz nach einem Fragezeichen. Nein. Und ab hier gelten wir wahrscheinlich in der Villa. Ja. Eingangshalle der Villa. Dann. Oh, hier haben wir dann auch noch eine Menge. Und hier haben wir nicht mal die Karte. Aber die werden wir dann schon irgendwann finden. Top. So, haben wir hier was. Da haben wir einen wahnsinnigen Erdmahl. Hm. Ja, ich arbeite doch an deinen Rätseln, Mensch. Hier gibt's auch nichts. Hier kommt man auch nicht wirklich höher, denke ich. Ne, hier geht's nicht lang. Ähm. Mal sehen wir mal hier. Ne, okay. Da dürfte man wahrscheinlich nicht weiterkommen. Bei diesem Fenster hier. Ähm. Ne. Hier ist nichts. So. Und hier geht's auch nicht weiter. Hier sind wir also vollkommen verloren. Theoretisch ist alles hier hinter uns. Auf der Villa oder um die Villa. Mal sehen. Zählt das hier schon? Also das dürfte eigentlich als Villa zählen. Ja. Wieder Eingangshalle der Villa. Und er zeigt mich hier auch nichts von draußen an. Das heißt, die Fragezeichen, die ich draußen sehe, müssten wirklich hiervon sein. So. Ihr seid geheilt. Ähm. Gut. Das hier hatten wir schon irgendwann auch mal. Wenn du zugibst, dass du meine Rätsel nicht lösen kannst. Keine Sorge, ich werde die schon lösen. Mensch. Hab doch mal ein bisschen Geduld, Eddie. Ähm. Hahaha. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert. Ich weiß noch nicht. Einen weiteren Zugang aufs Dach sehe ich hier jetzt nicht. Hm. Das Fragezeichen sehe ich auch nirgends. Generell sehe ich gar nichts. Keine strukturellen Schwächen irgendwo. Keine weiteren Gitter. Irgendwelche Stellen, zu denen ich nur mit dem Line Launcher komme, sehe ich auch nirgends. Und hier schauen wir uns noch mal genauer die Decken an. Ne, da ist nichts. Dann fangen wir hier noch mal hoch. Oh, da oben waren wir noch nicht. Und, sehen wir hier irgendwas interessantes? Oh, ein Fragezeichen. Gut, da oben kann man noch ein Stück höher. Und, sehr gut. Okay, ich brauche noch den Punkt. Den geht man wahrscheinlich von ganz oben dann. Habe ich da eben... Ne, ich glaube nicht. Ich dachte eben kurz, ich hätte eine Trophäe noch unten gesehen. Hier haben wir auf jeden Fall eine. Die nehmen wir. Figur freigeschaltet. Victor Sess. Yay. Ähm, ne. Okay. Hier gibt es keinen weiteren Weg nach oben, wie es aussieht. In diesem Falle muss der Punkt hier irgendwo zu sehen sein. Oh, hier ist er doch. Und... Da haben wir es. Ich bin beeindruckt. Das war eins der schwierigere. Danke. Ich frage mich, ob das zufällig ausgelost ist. Oder ob die das jetzt bei dem tatsächlich so meint. Weil hier würde es tatsächlich mal zutreffen. Okay. Wir haben hier noch zwei Rätsel. Das eine ist eine Chronik. Das andere ist ein Fragezeichen. So, ne Trophäe. Oh, das da ist auf jeden Fall eine Trophäe. Und... Ich bin da. Da müssen wir jetzt nur noch nach einem... Äh, da, 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 da. Nach einem einzelnen Chronik-Eintrag suchen. So. Und noch ein Stück höher, wenn ich bitten darf. Moment. Ich will die Abkürzung nehmen. Durch die Luft. Ähm... Will er nicht. Vielleicht hier vor der Ecke aus? Eben ging es doch noch. Hm. Merkwürdig. Na gut. Dann schauen wir mal. Wir müssen... Da irgendwo hin. Ne, okay. Wir bleiben erstmal hier oben. Das ist eigentlich immer ein Stein eingelassen. Das heißt... Hm. Entweder gibt es hier noch irgendwo eine strukturelle Schwäche. Nicht. Nicht weiter. Oder ist es eben direkt... Im Gebäude. Was auch möglich wäre. Klettern. Ja. Okay. Angeblich ist es hier irgendwo. Hm. Nur wo? Ich sehe nichts. Hoppala. Das wollte ich nicht. Okay. Wir laufen mal die Wände behutsam ab. Und gucken wir uns mit normalen Augen an. Nicht mit dem Detektivmodus. Oh. Und da haben wir es schon. Hoppala. Und Pause. Sehr schön. Und damit müssten wir alle Herausforderungen... Ja. Alle äh... Herausforderungen von Arkham Island Ost. Keine Herausforderung ist zu groß für mich. Hm. Nach der... Äh... Nach dem Outro. Also nach den Abschlussworten der letzten Folge ist mir äh... Habe ich mal den... Die Folgen haben jetzt doch auf Rätseljagd gestellt. Rätseljagd auf Arkham Island. Und so. Damit eben Leute, die einen Walkthrough finden wollen. Nicht aus Versehen hier gefangen werden. Falls doch, tut es mir leid, dass es äh... Äh... Wahrscheinlich falsch äh... False Advertising gesehen wird. Aber das hier ist eben ein Let's Play Kanal. Okay. So hätte man eigentlich auch aus der Folgen nochmal erkennen können. Okay. Also. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da gehen wir dann in die Villa. Nicht nur auf der Villa rumtonen, sondern auch mal in der Villa. Äh... Bis dahin. Lieb wohl hinter uns Kommentare. Und Adios. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.